Das regiert Deutschland, hier eine Kostprobe. For the affairs of Germany to take the floor. Mr. President, colleagues, excellencies, ladies and gentlemen. Oh, pein, die Götter. Mr. President, colleagues, excellencies, Herr Präsident, Kollegen, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Boah, der arme Dolmetscher. Wir lassen diese Fahne also flattern. Für die künftigen Generationen. Ich bin nicht naiv. I announced my trip to New York to attend this conference. I was asked by many. Shut the fuck up, bitch. What are you doing there? What's the use of flying the flag for nuclear disarmament in times like these? Why are we here? I think the answer is as simple as this. What are you doing there in English? Of a world free of nuclear weapon. As we meet for this conference, we are standing at a crossroads. The MP2. So we are flying this flag not because it's easy. What the Götter and Kindergarten-Deutsch in English? I'm not naiv. Natürlich nicht. Oder man sollte auf gar keinen Fall in die Falle tappen, jetzt die Laufzeit von Atom oder Kohle zu verlängern. Langstrecken-Louisien aktuell sieht kein Problem in AKW-Streckbetrieb. Man weiss wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll.